Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Video. Nach langer Zeit hört ihr mal wieder was von mir. Es ging jetzt eine ganze Weile, dafür entschuldige ich mich jetzt auch. Und zwar in diesem vierten Info-Video hier. Ähm, ja, es ging leider nicht anders, weil der PC, der spinnt eben jetzt noch mehr. Und ja, das denke ich wird vielleicht noch drei Wochen gehen oder so. Dann kann es richtig losgehen. Ich wollte euch nur mal zwischeninformieren. Und mich hat es gefreut, dass ihr das Cola-Video von der Coca-Cola so oft aufgerufen habt. Das war wirklich, wirklich spitze. Hätte ich nie gedacht. Ähm, dass es gleich nach ein paar Tagen hundert Aufrufe bekommt. Also, finde ich teuer. Ja, ähm, und genau. Aber was ich eigentlich in diesem Info-Video ansprechen wollte, war, das Erste ist, ähm, ich fange jetzt dann in ein paar Wochen wieder an. Drei Wochen wahrscheinlich, vielleicht auch vier. Je nachdem. Man muss ja auch alles erst einbauen. Ähm, mit, äh, wieder mit Let's Playen. Ja, und ich nehme das gerade über mein iPad auf, weil mit dem PC geht es ja nicht. Ähm, ja. Also, und da ich in, ja, 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 in vier Wochen wieder anfange mit Let's Play oder vielleicht auch drei. Ich muss mal gucken. Das kann so gehen, so gehen. Ähm, weiß noch nicht. Da wollte ich euch fragen, ob ihr vielleicht ein paar Spiele-Vorschläge hättet. Also, was ich da Let's Playen könnte, weil ich will mir dann nämlich ein extra geiles Spiel für den PC holen. Es läuft dann auch jedes. Ähm, wo ich zum Beispiel, dass ihr mir da einfach mal Vorschläge machen könnt, was euch denn so gefallen wird, was ihr dann auch angucken würdet. Ja, äh, ein paar Spiele-Vorschläge für, äh, für, fürs Let's Play, was ich da machen werde. Schreibt's bitte, 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 bitte in die Kommentare. Das wäre echt, äh, also das, da bitte ich jetzt vor allen Dingen meine Abonnenten drum. Oder auch ihr, wo mich jetzt noch nicht abonniert habt und das Video anschaut, dann könntet ihr mich abonnieren, weil ich würde mich über jeden eines der Abonnenten sehr, sehr freuen. Und, ähm, ja, auf jeden Fall, gerade jetzt zum Beispiel so Abonnenten, wo oft was in die Kommentare schreiben, wie Mr. Savio Able, Mr. Paddel, ähm, Mr. Zotto oder mein neuerster Abonnent, Red X, glaube ich ja. Ähm, die sind alle, also, also insgesamt an euch alle Abonnenten. Und vielen, vielen Dank, dass ihr mich überhaupt die Monate über jetzt immer nach und nach mehr abonniert habt. Und, äh, ja, ihr, genau ihr Abonnenten, für euch, finde ich, ihr schreibt ja eh so oft was in die Kommentare bei mir. Dann wäre es schön, wenn ihr bei diesem Video hier jetzt schreiben könntet, was ihr denn für Spiele-Vorschläge hättet. Ähm, ich würde mir dann ein entsprechendes Spiel holen, was auch Leute interessiert. Ähm, was mir aber auch gefällt, ja, da schreibt einfach mal rein. So, und jetzt zum zweiten Thema. Und zwar, ich habe jetzt schon ein paar, ja, zwei Monate vielleicht, ich weiß es nicht genau, habe ich jetzt, oder vielleicht einen erst, ein PS, ähm, bin mir echt nicht mehr sicher, äh, neues, ein neuen PS, ein neues Account, ja, neuer Account, ein neuer PSN. PSN, ja, auf jeden Fall PSN-Account und, ähm, Playstation Network, also wenn ihr auch eine PS3 habt, dann könnt ihr mich da adden, ich werde auch nochmal den Namen genau, wie es sich schreibt, in die Beschreibung schreiben, in die Beschreibung schreiben, schreiben, wie es sich schreibt, schreibt, schreibt. Ja, ähm, nämlich, ähm, ja, ich heiße auf PSN der Plap, passenderweise, damit ihr auch wisst, das ist der Plap, genau der Plap, ja. Ja, wenn man das mal so sagen kann, weil, äh, Plap 1999 gab es leider nicht mehr, oh, ja, egal. Wenn, damit weiß man, das ist der einzig wahre Plap, wenn man so will, egal. Also, ähm, wäre cool, wenn ihr mich addet, ja, habe ich nichts dagegen, äh, finde ich eigentlich ganz cool und vor allen Dingen, wenn ihr mich abonniert, das ist noch viel, viel cooler und wenn ihr mir jetzt in die Kommentare schreibt, ist genauso cool. Also, da hätte ich dann ein paar kleine Bitten an euch und dann kommen auch wieder Videos und ich tippe mal, nächstes Wochenende wird das nächste Dancing Coke Video kommen, aber ich komme jetzt gerade gar nicht dazu. Ähm, das ist, äh, von der Zeit her unpassend. Ja, und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören in diesem Fall und bis zum, bis zum nächsten Mal dann so in einer Woche wieder mit der Dancing Coke und genau da könntet ihr ja auch mal in, unter das Dancing Coke Video schreiben, was ihr da für Lieder hättet, äh, weil da hat noch keiner geschrieben, Mr. Palla hat geschrieben, what the fuck, wie geht das? Aber ihr habt noch nicht geschrieben, äh, welche Lieder ihr als nächstes haben möchtet und das würde ich euch auch noch bitten. Ja, und ich weiß, es sind jetzt so viele Bitten, dass ihr gar nicht mehr wisst. Ähm, ja, müsst ihr nicht alle erfüllen, eine reicht mir schon. Und auf jeden Fall geht's bald wieder weiter, ich hoffe, da freut ihr euch und bis zum nächsten Mal, euer Plapp. Ciao!